Moin, moin und hallo, ich freu mich sehr, wieder eine Runde mit euch zu spielen. Live auf Rocket Beans TV gibt's jetzt ein Spiel, das ich noch nie gespielt hab. Es heißt Floatsim. Und was das ist, erfahrt ihr jetzt. Na, Leute, was geht ab? Ich hab mir ein neues Spiel besorgt. Floatsim, es ist ein Aufbauspiel. Eine Mischung aus Raft und einem City-Builder oder so in der Art. Ich hab's noch nie gespielt, noch nie getestet. Ich hab's jetzt grade eben mir quasi runtergeladen. Und wir fangen einfach zusammen an und gucken mal, was das Ding taugt. Ich hab irgendwie richtig Bock drauf. Da ist es, guck mal hier. Floatsim, neues Spiel. Direkt rein, hier gar nicht lange rumlabern. Können ja noch uns währenddessen ein bisschen unterhalten, ne? Ja, Prison Architect spielt vielleicht auch weiter. Ich hab immer Bock, jetzt auf was Neues auszuprobieren. Äh, wie nennen wir unsere neue Stadt? Okay, das war's. Müff, ach, Müllfluten haben unser Dorf fortgespült. Vielleicht sollten wir uns nicht länger auf diese nutzlosen Steine beschränken, sondern mal auf Erkundungstour gehen. Wer braucht schon Land? Diese endlosen blauen Wellen sind alles, was wir brauchen. Die überflutete Welt ist unser Spielplatz. Polieren wir dieses Plastik zu wunderschönen Perlen. Schade, dass wir keinen Treibstoff haben. Okay, pass auf. Wie nennen wir unsere neue Stadt? Sie heißt natürlich... Ödefeld ist die Hauptstadt. Ödefeld. Start unser Abenteuer. Guck mal, so sieht das aus. Ich hab mir dazu mal ein Gameplay-Video angeguckt. Nicht, dass ich da jetzt viel gelernt hätte, aber ich weiß zumindest, dass er mich optisch ein bisschen erwartet. Okay, so sieht das aus. So kann ich die Kamera auch... ...Horizontale drehen? Nein. Ach so. Ach so, okay. Also, die Welt ist überflutet. Das kennen wir von Raft. Das hier sind Ressourcenbrocken. Mit Algen bedeckter Felsen. Und hier ist Holz. Und noch irgendeine Stadt. Eine lange Insel. Da bin ich mal gespannt. Ich finde das optisch irgendwie ganz süß. Okay, was müssen wir denn machen? Stadtkern. Das ist mein Stadtkern. Also, das Schiff ist mein Stadtkern quasi. Ich weiß nicht, was ich verstehe. Engine requires repair. Machen wir das doch mal. Oh, guck mal. Da kommt einer angelaufen. Oh, süß. Der baut mir direkt hier meinen... Ist da der Motor auf der Planke? Das ist nicht eher da oben. Aber man sieht's okay. Bortschrittsbalken. Gleich ist er repariert. Geil. Kann man den Typ anklicken? Sammy float. Hi, Sammy. Dreht Däumchen. Ja. Nee, das müssen wir direkt beschäftigen. Ach, guck mal hier. Da sitzt auch so Infos. Kamerasteuerung, W, A, S, D. Mit dem Maul rein und raus. Und kann man zu drehen. Drücke das Mauswad und bewege die Maus. Und E geht auch. Ah, okay. Verstehe. Guck mal hier. Ressourcen. Dir stehen viele verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Die ersten paar findest du im Wasser. Sie treiben einfach rum her. Holz. Plastik. Manche findest du bei Sehenswürdigkeiten. Aha. Andere musst du aus den anderen Ressourcen selbst herstellen. Die meisten werden für den Bau benötigt. Holz und Plastik. Nahrung. Klar. Und irgendeine spezielle Verwendung. Ah ja. Urgenmarkierungen. Markierungen sind ein Werkzeug, um Gegenstände aus dem Wasser aufzusammeln. Wenn du eine Markierung platzierst, kommt Drifter, um die Gegenstände innerhalb des Radius der Markierung aufzusammeln. Ah. Schwimmmarkierung. Aha. Bootsmarkierung. Fischmarkierung. Fischboot. Okay. Und Map. Ah ja. Zooming. Äh. Map. Ja, okay. Wie krieg ich die Map? Mit M? Ich weiß es nicht. Ah ja, guck mal. Da sieht man irgendwie die Dinge. Okay, so läuft das. Da ist die Map. Ah. Haha. Guck mal. Da gibt es verschiedene Orte, die kann ich alle anpassen. Das sind die Ressourcen, die sind hier aufgezeichnet. Das werden Fische sein. Alles klar. Aber erstmal kümmern wir uns doch hier um die nähere Umgebung. Bojen. Äh, wie setze ich denn meine Bojen? Da ist eine Boje. Bergungsboje. Okay. Äh, dann fangen wir nochmal an. Ah ja, hier, guck mal. Geil. Fump. Einer soll es machen. Ja, finde ich gut. Einer. Kommt dann jetzt einer? Ah, guck mal. Oh, das ist ja süß. Der paddelt da hin. Boah, das ist aber eine Welt. Da muss man wirklich gut schwimmen können. Und wenn der jetzt auch noch Plastik einsammeln muss. Wie viele habe ich denn? Drei? Einwohnerzahl und Hauskapazität. Aber da können ja noch mehr Leute sammeln. Was? Wer sammelt da jetzt Plastik ein? Guck mal. Oh, ist das geil. Da ist so ein kleines Fässchen da. Schnack, schnackstet der sich hier. Das ist Plastik. Und dann kommt er wieder zurück nach Hause jetzt schon. Okay. Verstehe. Ähm, da ist Holz. Da könnt ihr auch nochmal eine Markierung setzen. 59. Hab ich gerade. Ja, was sagt. Ja, kann ein anderer nochmal Holz sammeln. Da hier. Nummer zwei. Sammy Float. Und. Was? Chi-Chi. Chi-Chi Parrotan. Chi-Chi Parrotan. Okay. Was kann ich hier? Ah. Bergen. Holz. Altmetall. Was zu essen. Ja. Bergen. Schwimmt jetzt mein dritter Heini los? Oh ja. Der macht Plastik. Der geht auf die Insel. Und der macht Holz. Und mehr hab ich nicht. Ah, okay. Sehr schön. Ah, guck mal hier. Schön am rumkraulen. Auch dicke Winterweste hat der an. Die wird auch nass. Und dann wird das doch bestimmt total anstrengend, damit zu schwimmen. Aber okay. Gut. Die sammeln mir jetzt, ähm, meine Ressourcen. Was ist hier das? Seaweed Spore und Rohe Algen. Es ist übrigens eine Beta, ähm, sodass noch nicht alle Texte übersetzt sind. Von daher switcht das hier so ein bisschen zwischen Englisch und Deutsch. Nicht, auch, nee, nicht nochmal weiter runter. So, ähm. Okay. Was kann ich denn hier? Man kann ja auch Sachen bauen. Bauen. Was kann ich denn bauen? Steg. Fast zehn Plastik. Und kleiner Lagerplatz. Hier werden Treibhut und Schrott gelagert. Ah ja, muss ich dafür dann erst ein Steg bauen, bevor ich sowas bauen kann? Ah, nee. Guck mal. Kann ich hier direkt. Aber das macht doch mehr Sinn, wenn ich von Anfang an... Oh, ein Steg ist aber teuer, du. Ah ja, guck mal hier. Und das kostet mich so viel. Boah. Da muss ich ja richtig, ähm, malochen. Schiffe, Boote. Oh, guck mal hier. Boote würde ich anlegen. Oh, da muss ich erstmal eine Anlegestelle bauen. Boah, ich seile. Ein Bergungsboot. Das wäre schon mal ganz geil. Weil dann kann ich wahrscheinlich schneller looten. und Fischerboot brauche ich vermutlich dann für Nahrungsmittel. Also, Bergungsboot will ich haben. Da brauche ich einen Parkplatz. Anlegestelle. Zwei Holz. Wieso ist der... Ah, guck mal hier, Buckelwall. Alter, hat der Zähne? Ein Buckelwall mit Hauern? Und dieses mutierte Auge da? Alter Schwede. Boah, aber das ist cool. Oh. Buckli, der Buckelwall. Der hatte gar keine Angst davor. Naja, der ist halt tapfer. Was ist mit euch? Wieso haben die so ein Wassersymbol? Habt ihr Durst? Dann trink doch was. Wo kriege ich denn Süßwasser her? Trinkwasser. Stell ich das jetzt her? Repair Engine. Flüssige Lagerkapazitäten. Nasses Holz. Trocknetes Holz. Verstehe. Plastikmüll. Der Stadtkern. Ah ja. Enthält ein allgemeines Lager. Okay. Wie viel habe ich denn an Lagerkapazitäten? Der frisst hoffentlich meine Leute nicht auf. Ich glaube, wir müssen mal erst mal Werkstätten. Wasser. Da Wasser. Was kann ich für Wasser bauen? Destillerie. Ah, okay. Das brauche ich auf jeden Fall. Lebensmittel. Da kann ich Seaweed Grower. Okay, das ist cool. Die kriege ich da gleich auf der Insel. Fishsticks. Gut. Und wie kriege ich jetzt Taue? Ähm. Sind die hier mit drauf? Da. Tau. Dann mal Tau. Ach, wenn ich die anklicke, bauen die das oder was? Wenn das eingefärbt ist, dann machen die das oder wie oder was? I don't know. Wir werden sehen. Ähm. Ich habe hier einiges zu tun. Ähm. Okay. Wir fangen mal an. Ah, hier. Guck mal. Da könnte ich was Neues. Lagerplatz. Steg. Wir müssen das erstmal vergrößern. In welche Richtung bauen wir denn den Steg? Bauen wir die auf die Flanken? In die Mitte? Meint ihr? Oder hier so? Oh, hier in die Mitte. Ah. Ah. Kann aber schon gerade sein. Das ist ja nicht gerade. Das ist nicht gerade. Das mag ich nicht. So. Jetzt muss ich jemanden wahrscheinlich auch zuteilen, weil die sind ja alle beschäftigt. Kann ich jetzt jemandem sagen? Oder machen die das automatisch? Ah ja, doch. Bauen hat offensichtlich Priorität. Okay, das machen die automatisch. Das ist ja lustig. Jetzt hämmert der mir hier meinen Steg zusammen. Ein kleiner Mann. Und er hilft auch. Sie. Oh, nimm mir hier meinen Steg. Hämmer, hämmer. Okay, das ist cool. Kann man auch. Guck mal hier. Kann man das auch die Geschwindigkeit erhöhen? Hack, 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 hack. Boah, dauert das lange. Ah, fertig. Geil. Und jetzt müssen wir erstmal die Grundversorgung sicherstellen. Destillerie. Da brauche ich noch ein bisschen mehr Plastik. Ich brauche auch ein Bootanlegeplatz. Brauche ich ein Seil. Ich habe natürlich jetzt kein Seil. Erstmal muss ich die Grundnahrungsmittel wahrscheinlich sichern. Was ist hier? Stadt Inventar. Ah ja. Okay. Bevor mir das Wasser ausgeht, muss ich da mit Sicherheit. Ah, hier kann ich eine Prioritäten. Ähm, ein Makro erstellen. Das sind meine drei Jungs. Okay, Hunger ist auf jeden Fall deutlich da. Aber habe ich denn nichts mehr zu essen? Horrätig. Ich muss da, warte mal. Lebensmittelvorrat, 17. Ja, aber warum esst ihr denn nichts? Dann isst doch mal was. Wie kann ich den denn dazu bringen, dass er was isst? Ne, jetzt ist er satt. Jetzt hat er was gegessen. Ah, okay. Jetzt ist er nicht mehr hungrig. Ähm. Ah ja, er hat gegessen. Okay. Ja, das machen die anderen hoffentlich auch, oder? Jo. Du darfst, ich erlaube dir, dass du was essen darfst. Hast du gehört? Hast du gehört? Ich erlaube dir das. Ah, ich kann sogar den Namen ändern. Chi-Chi Parrotan. Guck mal. Ja. Dann bist du jetzt einfach fortan bekannt als Cindy Crawford. Ah, du bist Cindy Crawford. Alles klar. Das hier ist... Warte mal. Zack. Hihi. Hihi. Sammy Float. Oh, guck mal hier. Der heißt jetzt Eddie. Ah, aber nur Eddie. Und der andere? Wo ist der andere Typ? Warte mal, hier steht auch Drifterbedürfnisse. Hunger, Hunger lässt sich durch Lebensmittel stillen. Wenn in der Stadt Lebensmittel verfügbar sind, isst der Drifter etwas. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Schlafen. Bett oder ein Haus. Mhm. So. Hier ist Cindy Crawford. Du musst mal was essen. Wo ist denn der dritte Heini? Der hat auch Hunger. Du isst da hoffentlich auch mal von alleine was. Du lässt dich jetzt hier nicht bitten. Das ist natürlich der Simon, ne? So, Simon. Jetzt dürfen Simon und Eddie mit Cindy Crawford auf einem einsamen Boot leben. Und das gibt natürlich richtig Streit. Ja, wer darf mit Cindy Crawford jetzt anbandeln, ne? Da werden die sich, glaube ich, richtig streiten. Also, ich wollte mal so eine... Ah, ja, kann ich schon machen. Eine Destillerie bauen. Guck mal. Kann ich die auch drehen, irgendwie, oder? Na ja. Dann bauen wir mal hier eine Destillerie. Damit ich Frischwasser herstellen kann. Und dann will ich ein Bett für deine Drifter, in welchem sie sich ausruhen kann. Okay, brauche ich auch. Man sieht es denn hier aus vier trockenes Holz. 20 nasses. Ich habe kein Altmetall. Gab es nicht hier Altmetall auf dieser Insel? Nee, Konserven. Doch, da Altmetall bergen. Womit fängst du denn an? Ah ja, hier kann ich dem... Ich habe doch gar kein Boot. Ah ja, deswegen können sie sich nie anwählen. Ich brauche dringend diese Ressourcenboote hier. Da muss ich so einen Parkplatz haben. Da brauche ich ein Seil. Aber ich weiß nicht, wie man Taue baut. Und baue ich Taue. Ich muss irgendwie zu Tauen kommen. Feuer habe ich auch nicht. Brennholz. Und was ist das? Ist das Town Fuel. Okay, ich muss auch irgendwie... Muss ich auch... Es gibt nicht genügend Häuser für alle Drifter. Mit Häusern sind da diese Betten gemeint. Werkstatt. Ah, Ölraffinerie. Das brauche ich wahrscheinlich auch zeitnah. Drying Rack. Ah, okay. Das brauche ich auch. Holz und Fisch trocknen. Oh, ich brauche hier alles, was hier ist. Bett. Okay, aber kann ich denn auch Häuser bauen? Oder baue ich nur Betten? Das ist doch die eigentliche Frage. Sehenswürdigkeit haben von Bauen. Bauen. Guck mal hier. Um mit dem Bauen zu beginnen, öffnen wir das Baumenü. Kategorien zeigen den Schwerpunkt der einzelnen Gebäude. Es gibt sechs Kategorien. Stadt, Lebensmittel, Wasser, Werkstätten, Boot und Navigation. Um Gebäude zu platzieren, musst du die jeweils erforderlichen Ressourcen auf Lager haben. Wenn du das Gebäude im Menü auswählst, erscheint der Grundriss... Ja, ja, ja. Easy peasy, oder? Easy peasy. Gar kein Problem. Ah, ja, hier. Passive Produzenten sind Gebäude, die Gegenstände produzieren. Ja, das ist ja wahrscheinlich jetzt alles. Ich als erfahrener Überlebenskünstler werde das auch so hinbekommen. Ich möchte mich trotzdem mal beschweren, dass ich nicht genau weiß, wie ich jetzt Seile herstelle. Aber dafür brauche ich ja wahrscheinlich irgendeine Ressource, vielleicht brauche ich dafür hier so Algenkrams oder was. Macht man das aus Algen? Seaweed Cave und rohe Algen. Aus was stellt man denn Seile her? Braucht man noch irgendeine Form von leeren Produktionswarteschlangen? Trinkwasser, still den Durst einer Drifter. Rezept und Warteschlank. Ah, da brauche ich Treibstoff, okay. Brennholz. Aha. Filter das Salz aus dem Meerwasser. Zack. Ist sie jetzt an oder ist sie jetzt aus? Sie sollte ein sein, der die Lampe leuchtet. Okay. Machen wir jetzt automatisch hier irgendwas Geiles? Auch dringend offensichtlich auch diese Öl. Komm, die Welt geht vor die Hunde und das erste, was man braucht, ist Öl. Können wir auch wieder den Namen ändern? Das ist ja lustig. Man kann es sogar wieder ändern. Alles ändern. Sehr geile Buckelwahl. Okay. Brennholz. Habe ich natürlich noch nicht, aber ich habe doch sehr viel trockenes Holz. Damit kann ich doch Brennholz machen. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Was bedeutet das? In der Warteschlange? Jetzt müssten die wahrscheinlich dann da dementsprechend Treibstoff irgendwie auch einlagern, oder? Habe ich doch. Ne, ich habe nichts. Aber die können auch welches herstellen. So möglich sein. Wasser wird jetzt für mich irgendwie gemacht. Kleiner Lagerplatz. Brauche ich noch. Wie mehr kann ich auch noch gar nicht. Huch. Ne. Äh. Entschuldigen Sie bitte. Das wollte ich nicht. Äh. Forschung. Ach, Forschung. Ah, Forschung. Vielleicht muss ich erst mal irgendwas erforschen noch. Wasser. Wasseraufbereiter. Large Storage. Ah, da kann ich Häuser bauen. Ich habe aber null Forschungspunkte. Vielleicht muss ich dann mit dem Schiff rumreisen und irgendwelche Sachen entdecken, bis ich Forschungspunkte kriege und dann kann ich auch Häuser bauen. Okay. Keine Häuser. Wie sieht es denn bei den Homies aus? Die können sich auch ohne Haus ausruhen. Ihr könnt ja auch einfach ein Bett bauen. Das habe ich ja auch hier. Guck mal. Ich kann einfach ein Bett bauen. Tatsächlich einfach ran, Pinöppeln. Direkt neben. Das ist auch schäbig, oder? Ein Haus direkt neben den. Äh. Ich will das von Anfang an planen. Pass auf. Ich will das so machen. Deswegen muss ich jetzt. Ja. Ich will von Anfang an, dass hier klar ist, es gibt eine Ecke, wo man... Oh, was ist das denn? Steg. Die Herren. So. Es gibt eine Ecke, wo man produziert und eine Ecke, wo man lebt und schläft und so. Was? Was ist das? Steg. Ja, habe ich so wenig nur, oder was? Acht. Also. Bau das mal. Und dann kommen hier die Betten und so ran. Und hier wird die produziert. Weil man will ja nicht direkt sein Bett neben so einer Destillieranlage haben. Das ist doch voll albern. So, was ist hier mit Brennholz? Wir brauchen Brennholz. Leute, Leute. Holzschuppen. Ah, hier. Das brauche ich. Guck mal. Holzschuppen. Aus Holz stellen deine Drifter Ressourcen wie Tau und Brennholz her. Okay, das bauen wir als nächstes. Holzschuppen. Dafür brauche ich noch acht Plastik. Hier ist ja unser normalen Plastik. So, ist fertig. Geil. Dann baue ich euch ein Bett. Und ihr holt mir mal ein bisschen Plastik, bitte, Leute. Ich brauche Plastik. Bitte holen Sie mir Plastik. Das Bett bauen wir mal hier so ran. Oh, sehr schön. Da kann dann irgendwer schlafen. Ein Bett im Wasser ist das auch. Ein Bett im Wasser. Das ist immer nass, denn es ist Apokalypse. So, machen wir hier mal ein bisschen vorwärts hier. Fast forward. Dann habe ich hoffentlich bald genug Plastik für ... Ach, der holt nur wirklich ... Der holt hier nur ein Plastik. Kack, 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 kack. Und mein Essen geht ja auch natürlich langsam, aber stetig zur Neige. Da muss ich auch ein Auge drauf haben. Kack, 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 kack. Oh, guck mal. Mit dem Kuschellama. Ist das eine Anspielung auf Raft? Und ein Wecker und so. Was ist mit dir? Warte, 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 warte. Was ist mit dir? Simon, du sollst hier ... Du sollst hier arbeiten, Alter. Da hat man jetzt gesehen, sobald ... Einmal nicht aufgepasst, wie faul der da rumliegt, der Simon. Unglaublich. So, was brauche ich noch? Ganz schön viel Plastik. Er hat immer noch Hunger. Ja, dann isst doch was. Da ist doch genug auf der Insel. Holt der das Holz zuerst, kann ich das irgendwie priorisieren? Was du da holst? Nee. Ich kann ihm jetzt ... Ich kann leider die Sachen nicht irgendwie ... ... ordnen, dass ich zum Beispiel zuerst das holt oder so. Was holst du denn da jetzt? Holz, offensichtlich. Naja, aber die andere holt ja auch Holz. Kannst du nicht mal erst mal mit den Sachen ... ... anfangen, die hier nicht geholt werden? Ach, da darf die gar nicht. Stehe. Äh ... Vergrößern und schrumpfen. Ja, so ist auch gut. Wo holst du denn dein Holz? Sehr schön. Langsam kommen wir rein, Leute. Was brauche ich noch? Zwei Plastik. Hier. Rosa. Simon. Jo. Hol mal ein bisschen Plastik, bitte. Damit wir den Schuppen bauen, damit wir Brennholz machen können. Muss denn jeder ein eigenes Bett bekommen eigentlich? Ich bin mir nicht sicher. Können die sich auch teilen, oder? Hier ist doch was. Wieso nimmst du denn nicht das, was nah dran ist? Wahrscheinlich, weil ich das da hingesetzt habe. Kann ich das aber auch vergrößern. So, dann kannst du einfach alles, was hier drin ist, holen. Kannst du auch den da mal mitnehmen. Hallo. Hallo. So, der hat auf jeden Fall Hunger und Durst. Aber, Leute, ich kann euch das nicht auch noch in den Mund stecken. Cindy Crawford, mach das doch mal alleine. Das kriegst du ja auch alleine geschissen gerade, oder? Dir selbst irgendwas in den Mund zu stecken. Oh, hier. Das ist der Lagerplatz. Guck mal. Da ist alles, was ich hab. Da kommen sie nach Hause. Schwupps. Ah, dann schmeißen die das da rauf. Oh, guck mal. Das ist ja süß. Ah, und da, hier. Jetzt essen und trinken die auch was. Sehr schön. Okay. Die sind nicht mega dumm. Und wer ruht sich als erstes aus? Eddie geht natürlich als erstes wieder schlafen. Das war ja so klar. Und die anderen müssen arbeiten. Nee, beziehungsweise Cindy Crawford ist vor Erschöpfung zusammengeklappt. Erholt sich schleppend. Wahrscheinlich geht... Ja, okay. Man erholt sich deutlich schneller auf dem Bett. Das ist ein Argument pro Bett. Aber ich kann jetzt ein Holzschuppen bauen. Hup. Sehr schön. So, Eddie ist wieder aufgestanden. Der hat natürlich wieder recht zu tun. Cindy Crawford klappt da einfach zusammen. Kann man die auch aufwecken? Nee. Kann Cindy nicht aufwecken. Mal ein bisschen schneller wieder. Wo sind sie denn alle? Cindy, kannst du mal aufwachen jetzt? Du kannst dich doch trotzdem noch aufs Bett legen. Ah, da, jetzt haut sie richtig in die Tasten. Ah, kack, 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 kack. Und dann können wir hier Brennholz machen. Und dann können wir die Destillerie in Betrieb nehmen. So sehe ich das. Dürer, da war, guck mal. Bist du jetzt mal mit da? Nee, der haut wieder direkt ab. Sehr, sehr geil. Warte mal. Brennholz. Getrockene des Holz. Ah, okay, guck mal. Jetzt können wir mal, machen wir mal zwei Brennholz. Ja. Und das? Automatische Warteschlange. Und dann brauchen wir auch noch einen Tau. Machen wir mal. Okay, aus zweigetrocknerem Holz macht man einen Tau. Aus der Rinde. Ja, aber könnte man nicht aus der Rinde das Tau machen? Und aus dem restlichen Holz dann Brennholz? Das muss doch eigentlich möglich sein. So, woran sehe ich? Jetzt muss da jemand drin arbeiten. Woher weiß ich das? Das Ding ist doch jetzt ein, oder? Das ist nämlich immer das Gefährliche bei solchen Scheitern. Steht da jetzt ein, weil es ein ist? Oder steht da ein, weil ich draufdrücken muss, damit es angeht? Aber diese Lampe suggeriert mir ja, nee, es ist bereits an. 30 Sekunden erfordert einen Drifter. Ja, ich muss mal einen von den Jungs quasi... Entweder jetzt direkt... Alter, wer pennt denn jetzt hier schon wieder? Cindy? Nee. Ja, Simon, du hättest doch da ins Bett gehen können. Kommt die jetzt automatisch? Ah, okay, der geht automatisch da rein. Muss die nicht, ähm... manuell, äh, dazu bringen, das hat, äh, eine automatische Priorisierung. Äh... Dieser Workshop. Oh, dauert das lange. Jetzt kann man sich ja auch drauf an, wer daran arbeitet, ne? Eddie ist natürlich jetzt nicht der Schnellste. Torpedo. Ach, die haben so Perks. Torpedo. Bewegt sich schneller. Eddie bewegt sich schneller, okay. Cindy Crawford. Hat die irgendein... Kann ich nicht mal anwählen. Simon. Der Tod. Wirkt, treibt gut. Der hat... Der hat auch ein Torpedo. Ah. So, komm, Eddie. Hack mal hier richtig nicht, hast du denn? Beeil dich mal ein bisschen. Denn wir brauchen nämlich jetzt... Gleich mal ein bisschen Treibstoff. Kann sich nicht mal beeilen. Ist doch der ewig. Lernt der auch was? Komm mal hier. Da ist es auch hier irgendwie so ein... Das ist mein Wasserlager. Wahrscheinlich, ne? Er bringt das automatisch darüber. Oh, geil. Super, hast du gut gemacht, Eddie. Mit seinem Schuh, hat er hier gemacht. Zack. Jetzt macht er nicht hier das nächste, was in der Warteschlange ist, sondern er geht erst mal rüber und kocht hier frisches Wasser. Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Weil das ist wichtig. Wasser ist wichtig. Sehr schön. Was haben wir denn noch für... Steak? Ja, haben wir erst mal noch ein bisschen. Das haben wir. Genau, das. Seaweed und Fischsteaks, die kriegen wir ja hier. Und dann würde ich so gerne mal eine Anlegestelle bauen. Dafür brauche ich das Seil. Das Seil, okay. Weißt du, wir nehmen mal... Das aus der Warteschlange. Kann ich das da wieder rausnehmen? Ja. Als nächstes mal das Tau. Dann haben wir hier einmal Trinkwasser. Mal gucken, wie viel das bringt. Und jetzt? Jetzt sammelt der das ein und packt es ins Lager. Jetzt habe ich acht. Hatt ich vorher sieben oder was? Ja, ne? Das ist ja super. Okay, dann macht das noch zu Ende. Und dann möchte ich hier bitte schön mein Seil haben. Damit ich so ein Bootsding bauen kann. Denn ich will, dass die hier nicht immer hinschwimmen müssen, sondern das irgendwie mit dem Boot machen können. Das ist ja voll aufwendig da immer jetzt. Wir müssen da immer manuell hinpaddeln. Das ist doch voll anstrengend. Hallo Cindy. Du musst mal was trinken, Cindy. Ich mach frisches Wasser auch für euch mit meiner neuen Destillerie. Ja, das machen wir mal ein bisschen schneller. Mal eine Frage an die Zwischung mit Simon mal Dark Souls 3 spielen. Frag Wax Wiesel. Ja, machen wir. Wollten wir eigentlich machen. Machen wir mal demnächst. Aber wir wollten auch noch mal Death Stranding tatsächlich weiterspielen. Simon und ich haben wir gestern erst darüber gesprochen, wie wir das am besten machen. Da finden wir auch eine Lösung. So, machst du jetzt hier mein Seil oder was? Da ist noch einer das Seil machen. Was? Ich habe zu viele Sachen. Okay, ich muss Lagerplätze bauen. Okay. Ich bin zu reich. Äh, hier. Kleinen, großen kann ich nicht brauchen für den mir Seil, aber einen kleinen Lagerplatz. So, das könnt ihr ja schon mal machen. Da kommen sie angewackelt. Baut mir mal einen schönen Lagerplatz. Ja, reich dich rein, die Ressourcen rein kippen da. Und dann hämmert ihr mal schön. Und die anderen können jetzt wieder da loslaufen. Neue Sachen holen. Und du machst mir mal hier schön. So. Hacker, kack. Hör mal richtig nicht. Hör mal ein bisschen schneller. So, da habe ich ein neues Ressourcenplätzchen. Was ist denn hier mit meinem Seil? Ne, ich will noch ein Seil. Noch ein Seil. Mit rein. Plus eins. Und dann machen wir noch mal ein bisschen Brennholz. Ähm. Er fordert einen Drifter. Kommt dann gleich mal einer, oder? Wie sieht das aus? Und da muss ich mich auch mal am Essen kümmern, wa? Muss ich als nächstes mal hier diese... diesen Algenturm hier da mal bergen. Kommt denn jemand mal fürs zum Seil machen, oder? Muss ich euch in den Arsch treten? Oh. Ja, das sieht gut aus. Hallo? Was machst du? Mit Däumchen, bist du das Wahnsinn? Kannst du... Ja, geh doch mal dahin. Jetzt haut er ab. Kann ich hier... Warte mal. Es gab doch hier diese Priorisierungsgeschichte auch, ne? Was heißt plus eins? Ich glaube, jetzt ist es schon wieder fix und fertig. Hier ist es Cindy. Cindy braucht ein neues Bett. Und ich will mal hier... Okay, guck mal, hier kann ich das machen. Das ist... In Werkstätten Gegenstände herstellen. Ähm, okay. Dann sagen wir jetzt mal... Ähm, Eddie. Das hat Priorität. Priorität. Ah, ja, okay. Dann müsste der das ja gleich machen. Ich hab's ja grad befohlen. Ja, gut. Jetzt... Bist du denn mal so nett und machst das jetzt, oder? Was schießt du? Kannst du mal anfangen zu arbeiten? Habt ihr gesehen, wie lange der da einfach nur rumstand gerade? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich glaube, ich muss noch ein paar Betten bauen, aber ich hab nicht genug Holz. Unglaublich. Hm. Na, fünf Wasser. Ich muss auch bald mal wieder neues Wasser haben. Ich hab 67 nasses Holz. Okay, ich weiß. Ich brauch so ein Holztrockengestell. Das hier, Trockengestell. Das brauch ich mal. Kann ich das ja nicht gerade? Ja. Das brauch ich auch sehr dringend, damit ich das ganze nasse Holz überhaupt trocknen kann. Jetzt fehlt ständig irgendwas, ne? So, Leute. Denn was bringt mir nasses Holz? Offensichtlich gar nichts. Ja, die pennt wieder da. Betten darf ich auch nicht bauen. Dann wählen wir das Plastik oder was, ne? Ne, das Holz, das trockene Holz. Ah, hier. Das wird fertig gewemmst. Gut. Und jetzt da mal Holz bitte rauflegen. Machst du das automatisch? Ja, guck mal. Da hängt das nasser Holz auf. Oh, mega. Stark. Wer hat das Essen jetzt von der Insel? Aber ich brauch neues Wasser. Okay, Leute. Ich muss neues Wasser machen. Das heißt, ich muss hier auch mal, bevor das Wasser mir ausgeht, doch nochmal Holz priorisieren. Und dann machen wir erst Seile. Bringt mir das, wenn mir die Leute verdursten hier. Das bringt mir doch gar nichts. 64 nasses Holz. Wie lange dauert das, bis das getrocknet ist? Ah, da sieht man es. Ich bin schon auf absolute Geschwindigkeit. 180 Sekunden, drei Minuten eigentlich. Auf normaler Geschwindigkeit. Okay. Okay. So. Meine Betten brauchen wir noch. Zwei. Erforschen. Ja. Habe ich jetzt irgendwie hier. Ah! Guck mal. Ich kann jetzt Schrottschmiede oder Häuser erforschen. Geil. Ähm. Wasser. Kleiner Wasserbehälter. Was? Hat denn Priorität. Und Fischerhütte. Oder Fischkebab. Das mal weg hier. Aber Fischerhütte kann ich noch nicht bauen. Fischkebab. Schrottschmiede und Haus. Hm. Das ist doch alles geil. Fünf Forschungspunkte. Was macht der Wasserbehälter? Ich weiß es nicht. Ich spare mir die mal ganz kurz auf. Bis ich ein Gefühl dafür habe. Was jetzt mega wichtig ist. Ähm. Okay. Ich habe wieder mehr getrocknetes Holz. Wie sieht es hier aus. Arbeitet da jemand jetzt mal dran? Ja. Ah ja, hier. Nee, die ist erst mal schön was. Die faule Cindy. Ist auch gar nicht. Dann baue ich denen nochmal ein neues Bett. Müssen die sich nicht immer... so dicht wie möglich. So dicht wie möglich. Können die da schön mal nebeneinander pennen. Und ich brauche schon mehr bald... ähm... vielleicht ein neues Lagerhaus. Kann ich denn auch den Steg eigentlich dann noch... hier an die Seite noch? Oh nee, also... Okay, das heißt... das wird dann so sternförmig werden. Offensichtlich. Kann nicht... oder? Kann ich denn hier so noch... Kann ich ihn hier nach unten ziehen... und dann da wieder ran? Das weiß man nicht, ne? Auf jeden Fall kann ich hier oben natürlich... in die Richtung noch... Mh... So seitlich vielleicht. Vielleicht könnte ich dann... irgendwann wenn ich das... wenn ich hier so mache, so mache... Einmal so rum, ne? So, ne? Dann hätte ich das eckig. Macht Sinn, oder? Dafür brauche ich aber erstmal wieder... Das... Die Ressourcen sind mir jetzt da... Für diese Spielerei ist mir das... Ist mir das zu wertvoll. Die Ressourcen, die ich hier noch habe. Äh... So. Hm-hm. Wie sieht's denn hier aus? Leute, getrocknetes Holz. Hab ich nicht. Braucht noch ne Weile. Komm, das beschleunigen wir mal. Los, schneller, schneller, schneller. Oh, ich hab nichts zu trinken. Ja, Leute, da kann ich aber nichts für. Wenn ihr so faul seid. So, Holz ist fertig. Wo bringt ihr das hin? Ihr sollt das hier reinbringen. Wo ist denn... Hier, ich hab doch das priorisiert. Geh doch mal da jetzt rein. Eddie, was ist dein Problem? Wieso hörst du nie auf das, was ich dir sage? Du musst mal hier jetzt... Dringendst mal in den Holzschuppen rein. Ich werde mir erneut die Priorisierung angucken. Kochen. In Werkstätten gegen... Das ist auch das. Hauen. Wasser sammeln und entsalzen. Ah, okay. Das muss auch ne gewisse Priorität haben. Komm, das ist mal bei... Die Priorität bei Cindy. Kochen. Ach, kochen kann man auch. Transportieren. Berge, Plönern, Erforschung und Sehenswürdigkeiten. Fischen. Das ist Recycling. Ja, okay. Ähm... So, hier muss jetzt wirklich einer ran. Sonst verrecken mir hier meine Leute wahrscheinlich. Oh Gott, muss ich vielleicht mal abspeichern oder so? Speichern. Ah, es gibt einen Autosave. Ah, machen wir trotzdem mal speichern. Der heißt, äh... Äh... Böde... Eins. Wie immer. Äh, so, speichern erfolgreich weiter. Einmal nochmal so. Checken, falls jetzt hier mal Leute sterben. Muss ich ja wahrscheinlich irgendeinen Spielstand laden. Der macht schon wieder gar nichts. Dieser faule Hund. Du sollst... Hier soll mal bitte einer hin. Und mal bitte ganz schnell... Das getrocknete Holz da rein. Und dann mal richtig geil hier machen. Denn es geht um euer Überleben. Leute, ich kann es nicht oft genug betonen. Ihr müsst das selber in die Hand nehmen jetzt. Leute, ihr müsst es in die Hand nehmen. 3 von 1 getrocknetes Holz. Da ist doch genug getrocknetes Holz. Stehst du jetzt original da und wartest? Guckst dem Holz beim Trocknen zu? Sprichwörtlich? Guckst du dem Holz beim Trocknen zu? Nee. Sorry, Dude. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du guckst dem Holz beim Trocknen zu. Das ist halt... Das ist das Lächerlichste, was ich hier gesehen habe. So ist hier das Holz schon fast abgeerntet. Was sind denn meine Bojenmarkierungen? Nee, ich will noch nie weg. Warte mal, ich hatte doch... Nee! Ist das Plastik schon komplett weggenudelt? Also Plastik ist weg. Okay, dann muss ich eine neue machen. Beziehungsweise bergen. Ist das Ding noch im Radius? Nee. Oder? Doch. Das ist aber weit weg. Da muss Eddie richtig weit schwimmen. Und der hat jetzt schon Durst. Ich hatte doch aber eigentlich mal befohlen... Hier ist die Buoy auch irgendwie weg. Wie sieht es hier aus? Oh, die ist fertig geborgen. Okay. Da ist noch ein bisschen Holz. Muss bald mal woanders hin. Wenn die fertig ist. Ich könnte ja mal ein Stück... Warte mal, da ist noch Holz. Mit meinem Kutter. So. Uff, da. Ah! Aha, okay. Sehr gut. Wo ist es? Aus meinem Boot. Boot. Da. Ja, Leute. Ich kann das nur immer wieder sagen. Dann macht das doch einfach selber. Ihr müsst auch ein bisschen selber um euch kümmern. Ich kann euch nicht alles abnehmen. Ihr müsst da jetzt das... Ich hab's euch doch gesagt. Wieso macht ihr das denn nicht? Wieso geht ihr nicht in den Holzschuppen, wie ich das von euch erwartet hatte? Oder ist die... Warte mal. Ist die Priorisierung... Ist das jetzt besser oder schlechter? Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke... ist die Priorisierung... Ist die Priorisierung... Okay, warte mal. Plus und Minus. Plus heißt doch eigentlich... ... dass die Priorisierung höher sein muss. In Werkstätten Gegenstände herstellen. Ja. Das ist doch das, was ich von dir will. Dann mach das doch mal. Hier, was ist das? Wasser sammeln und entsalzen. Und wir machen das jetzt mal so... Ich mach dir da ne Prio rein. Du kriegst da ne Prio. Und du kriegst da ne Prio. So. Das muss doch irgendwie jetzt möglich sein. Da jetzt mal die verdammte Kacke! Eins. Eine Schaltung. Schalt es ein. Was? Es ist doch ein. Was ist nicht ein? Die sind doch beide ein. Jetzt ist aus. Da ist doch die Lampe so aus. Nils, musst du nicht einen zuteilen beim Holzschuppen? Also... Was? Musst du nicht einen zuteilen beim Holzschuppen? Also auf bloß eins drücken beim Schuppen. Hier, meinst du? Nee, das ist einfach die Rezepte in der Warteschlange. Guck mal. Da krieg ich halt... Das Brennholz wird dann hinzugefügt. Die gehen da automatisch hin eigentlich. Jetzt macht er was. Vielleicht jetzt, wo sie kurz vorm Verrecken sind oder was? Ich weiß es nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wie sieht das hier aus mit dem... Es ist doch genug getrocknetes Holz. Leute. Noch einmal so. Nur mal, um zu gucken, was passiert. Ja, ja. Ja, okay, okay. Gar nichts passiert. Die sind hier so faul. Nee, so muss das ein sein. Das macht ja keinen Sinn. Hast du die Prio bei Werkstätten nicht ausgemacht? Nee, guck mal, Leute. Ich hab eigentlich jedem eine Prio zugewiesen. Also ich geh mal davon aus, je mehr, desto mehr Prio. Und selbst wenn nicht, haben ja die anderen hier, ähm, würden das ja ausgleichen. Also ich hab jetzt hier, ne, also irgendwas, ich geh davon aus, das ist jetzt die höhere Priorität. Falls nicht, hätten wir ja mit denen noch zwei, die das machen könnten. Und die können jetzt ja auch nicht ganz lebensmüde sein. Leute, ich kann das nicht, ich kann euch nicht helfen, wenn ihr nichts macht. Ihr müsst jetzt mal dringend. Ich brauch auch einen neuen Lagerplatz. Ihr müsst jetzt wirklich euch um die Destillerie da kümmern. Leute, ich kann nichts mehr für euch tun, langsam. Ihr werdet alle sterben. Einen langsamen, schmerzvollen Tod. Was? Nochmal eine zweite. Ihr werdet einen langsamen, schmerzvollen Tod sterben, wenn ihr nicht langsam hier mal hinemacht. Ich mein's wirklich ernst. Ich mein's wirklich ernst, Leute. Das ist okay. Das ist doch nicht mehr zu fassen. Öl. Das macht gar nichts. Ich baue nochmal ein zweites Lager. Was war das? Ölrefenerie. Oh geil, das brauche ich auch. Lager. Da muss ich mir ein Steg bauen. Ja, vielleicht seid ihr alle verdurstet, weil ihr sehr doof seid. Ja, liebe Robotertaube, ich hab die, äh, Prio gemacht. Ich hab doch die Prio bei Werkstatt nicht aus. Ich hab hier doch... Alter, das ist die ganze... Die Prio nicht auszielen. Das ist fucking Werkstatt. Werkstatt. Da, Simon hat Prio, Werkstatt. Werkstätten. Rezepte können automatisch in die Warteschlange aufgenommen werden. Die Produktion beginnt, sobald das vorherige Rezept fertiggestellt wurde. So. Werkstätten sind Gebäude, die einen Drifter benötigen, um zu funktionieren. Dann sind Werkstätten, die werden aufgenommen und kommt ein Drifter, um die anderen zu produzieren. Was ist das Problem? Leute. Produktionslimits. Treibstoff. Ja. Passive Produzenten. Drying Rack. Riessteuerung, Kamerasteuerung. Gibt's hier sowas wie... Ähm... Ja, erforschen. Erforschungspunkt, Sehenswürdigkeiten. So, das Symbol bedeutet, dass er kein Brennholz hat und hier bedeutet es natürlich, dass er... Warte mal, ich kann die auch mal automatisieren. Ich automatisiere mal hier diese Warteschleife. Die sind ja nicht doof. Brennholz. Leute, geht einfach in diesen... Geht einfach in diesen Holzschuppen rein. Ihr habt alles. Import, Export. Ihr habt alles, was ihr braucht. Tut jetzt. Ihr sterbt doch alle gleich. Sind alle schon tot? Nee, aber... Bald werden sie es vermutlich sein. So kann ja kein Mensch lang überleben. Ja, du hast Durst, das glaube ich. Dass du Durst hast, das glaube ich dir. Dann mach doch einfach... Ihr meint, ich kann nicht ausschließen, dass es auch ein Bug ist, ne? Weil... Das ist halt eine Beta. Ich check's nicht. Er hat genug getrocknetes Holz. Es ist genug eingelagert. Vielleicht muss ich mal diese Wassergeschichte da erforschen. Hier, diese... Hier, ich erforsche jetzt mal... Wasserbehälter. Obwohl, nee, das ist wahrscheinlich auch nur meine Lagerkapazität, oder? Damit kann ich nur die Kapazität des Wassers erhöhen. Trinkwasser. Ja, machen sie sofort. Ja, ich hab 40 Kapazität für Trinkwasser. 87 Lagerplatz hab ich noch. Ich hab noch ein bisschen Lagerplatz auch. Das ist zum Mäuse melken. Ich kann kaum noch mehr verhindern, dass die sterben. Werden die nicht bei mir auch was machen. Steg. Noch nicht fertig. Oder? Leute, Leute. Was willst du tun? Wir machen's einfach nicht. Ich check's nicht. Ich mach mal die wieder raus. Guck mal, da macht der jetzt irgendwas? Was machst du da jetzt? Hast du da jetzt wieder Holz rausgeholt und packst das jetzt da rein, oder was? Nee. Ich nehm mal die... Wenn ich die Priorisierung komplett rausnehme... Ich nehm das mal hier komplett raus. Aber ich mach's mal so. Pass auf. So. Okay. Jetzt hab ich alles... Jetzt hab ich drei verschiedene Prioritätsstufen. Irgendjemand muss sich jetzt zuständig fühlen. Ja. Ich weiß, dass du Durst hast. Dann mach doch was dagegen. Was soll ich denn noch für dich tun? Du musst dir auch ein bisschen selbst helfen. Geh doch einfach verdammt nochmal... Da jetzt hin! Boah, ich mach jetzt mal... Dann mach ich jetzt noch dieses Berge-Symbol hier aus. Abbrechen. 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 So. Es gibt nix anderes zu tun, Leute. Außer dieses... Domme Wasser herzustellen. Nix anderes habt ihr zu tun. So, wenn jetzt nix passiert, ist es ein Bug. Es ist genug Holz drin. Die Leute haben... Die Priorisierungen sind jetzt da. Und die Leute haben nix anderes zu tun. Also, wenn das nicht klappt, ist es ein Bug. Und dann muss ich vielleicht... Irgendjemand schrieb von euch... Was? Äh... Du musst im Inventar auswählen, dass grundsätzlich Feuerholz benötigt wird. Denke ich. Was? Das kann man ja auch die Einigung... Die dann auch farblich... Wie? Was? Wenn kein Platz für das Feuerholz ist, geht es nicht weiter. Naja, ich hab ja hier grad extra noch einen neuen Lagerplatz gebaut. Ähm... Und da ist kein... Ne? Da ist kein Brennholz und nix. Die packen da jetzt einfach ein neues Brennholz rein. Die müssen einfach... Da ist der Wassertank. Hier ist Platz ohne Ende. Ich brauch einfach fucking nochmal... Feuerholz und die bauen's mir nicht. Die bauen mir einfach kein Feuerholz. Die bauen's einfach nicht. Ja, Carsten Gatzke. Ich hab ja schon in den Prios mehrfach... das eingestellt. Wasser sammeln und entsalzen. Auch hier... Ich mach mal das Gleiche. Ich mach mal da... Und hier mach ich mal einen weg. So, jetzt... was anderes haben die jetzt eigentlich nicht mehr wirklich zu tun. Und die machen ja auch nix. Die... die machen ja einfach auch nix. Ich befürchte, es ist ein Bug. Ich befürchte es wirklich. Ja, Werkzeug-Button. Das ist hier der Werkzeug-Button. Brennholz. Ich kann nicht mehr machen, als euch zu sagen, ihr müsst Brennholz machen. Das ist eine Schande. Statt Inventar. Kein Wasser. Nix da. Deine Wasserfahrräte sind fast aufgebaut. Ja, das weiß ich. Ich hab alles... gemacht, was ich tun kann. Die sind jetzt hier völlig faul. Ich muss das Ding jetzt hier montieren. Und neu aufbauen. Ich weiß nicht, ob es da anliegt. Bumm, bumm. Nochmal kaputt. Und dann baue ich die neu auf. Alter, das dauert ja ewig. Aber die stehen auch nur dumm rum. Das ist jetzt meine letzte... Kack, 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 kack. Bauen. Holz schuppen. Komm, bist du fertig. Brauchst das neu. Das ist meine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. So. Jetzt bauen sie da alle... Bauen sie da jetzt... Das ist wieder auf. Die müssen sich auch verarscht vorkommen, oder? Aber selber schuld, wenn die einfach so massiv dumm sind. Die sind schon für ihre Dummheit auch ein bisschen selbstverantwortlich. Mal gucken, ob jetzt irgendwas passiert. Ich hab keine Ahnung. So. Holz schuppen. Jetzt, bitte, Feuerholz. Jetzt geht's. Es ist original. Es war ein fucking Bug. Ich musste es neu bauen. Diese ganze Hütte war verbuggt. Das ist hier so lächerlich. Aber es ist nicht so schlimm, weil es ist eine Beta und da sind Bugs normal. Nein, es lag nicht daran, dass ich hier gerade... Weil das hatte ich eben die ganze Zeit schon gemacht, dass ich hier rumgespielt hatte. Und ich hab's ständig verändert und da ist überhaupt nichts passiert. Das lag nicht daran. Das lag nicht daran. Das lag einfach daran, dass das verpackt war. Pumpen, 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 wasserpumpen, wasserpumpen, wasserpumpen. Das hat mich natürlich jetzt massiv aufgehalten hier. So, du brauchst noch ein bisschen mehr Feuerholz. Ah ja, die machen wasserfertig. Guck mal. Ah, jetzt läuft hier die Suppe. Ah, geil. Nee, guck mal, Leute. Die haben hier vorher auch Wasser hergestellt. Ich hatte, ohne dass ich hier was gedrückt hatte, ich weiß, dass sich das hier oben verändert hatte. Aber das ist einfach nur die Möglichkeit, dass ich quasi für alle Drifter automatisch alles quasi irgendwie mache. Der hat das ja ... Nee, da steht übrigens auch ein neuer Drifter. Hier, das meine ich. Da kann ich es einfach nur für alle Drifter einstellen. Du musst es nicht einzeln machen. Und das hat damit nichts zu tun. Und die hatten auch, bevor ich das gemacht hatte, hatte der ja Wasser produziert, Leute. Ich bin dafür, es war ein Bug. Wir haben gedacht, du konntest es oben mit den Buttons deaktivieren. Nee. Ja, siehste, hattet ihr doch Unrecht, Leute. Ne? Ihr könnt auch ruhig mal Unrecht haben. Leere Produktionswarteschlange. So, was ist dein Problem? Ach so, guck mal hier. Hier muss man wieder ein bisschen mehr Feuerholz machen. Und dann machst du mal Seile. So, dann komme ich auch voran. Wie sieht es aus mit Wasser? Vier Wasser. Guck mal. So. Ah, jetzt habe ich meine Bewohner wieder so ein bisschen gerettet. Guck mal. Sehr schön. Aber es tat auch weh, das abreißen zu müssen. Hm. So, dann kriegen die gleich noch ein neues Bett von mir. Dann hat ja auch jeder ein eigenes Bett. Dann müssen die sich auch nicht mehr prügeln. Das will ich haben. Dafür brauche ich das Seil. Anlegestelle. Die Anlegestelle. Hier ist Produktion. Hier ist so Schlafraum. Aber da kann eigentlich... Eigentlich kann ich da... Aber ich kriege ja vielleicht immer noch mehr Einwohner. Dann mache ich hier oben die Anlegestelle. Brauche ich hier einen Steg. In die Mitte. Dann kommen da die Anlegestellen ran. Dafür brauche ich aber auch wieder Plastik. Demnächst. So, ähm... Sind die Tau auch schon fertig? Okay. Du machst mal wieder ein bisschen Brennholz. Und dann machst du mal ein Tau. Und dann machst du wieder Brennholz. Oh mein Tau. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Dafür brauchte ich... Ja, das ist ein großes Drying Rack. Okay, guck mal. Jetzt kann ich hier da so langsam... Good for Drying Fish. Ja, ich habe noch keine Fisch. Seaweed Grower. Das brauche ich auch. Und dafür brauche ich noch Plastik. Habe ich jetzt nicht mehr. Muss ich wieder irgendwo anders hin. Gleich mit meinem Dingsbums. So, und das wird jetzt geborgen. Und die Insel wird geborgen. Könnt ihr jetzt machen. Holz habe ich noch ein bisschen. Da muss ich jetzt nicht instant da hin. Wasser sieht ganz gut aus. Das heißt, ich kann mal wieder an der Prioritätenliste ein bisschen rumschrauben. Ähm... So. Alles gleich. Jetzt keine Hektik mehr aufkommen. Sehr schön. Die fangen jetzt an, die Inseln zu plündern. Und ich muss dann gleich so mal... So ein... Ähm... Warte mal hier. Da sowas. Seaweed Grower. Weil ich habe ja Seaweed Fische. Habe ich wahrscheinlich nicht, oder? Aber dieses Seaweed habe ich doch eingesammelt. Seaweed Spore. Das heißt, das muss ich gleich mal bauen. Ähm... Wie sieht das hier aus? Brennholz, ne? Der hat null Brennholz. Ja, vielleicht muss ich mal für Eddy mache ich mal Priorität jetzt da wieder ein Werkzeug schuppen an. Ist das Eddy jetzt? Ja, guck mal, jetzt funktioniert das alles. Das war irgendwie ein Bug. Er hat sich irgendwie ausgelockt. So, Eddy soll nämlich da arbeiten. Damit wir von allem genug haben. Und dann baue ich als nächstes... Da, jetzt kann ich schon diesen Seaweed Grower bauen. Das ist gut. Hm. Boah, der ist ja riesig. Okay, dann baue ich... Und der erstmal hier hin. Da müsste es dann auch was zu essen geben, oder? Sehr schön. Guck mal hier. Essen wird auch nicht mehr, ne? Essen und Trinken muss erstmal wirklich sichergestellt sein. Dann machst du nochmal Brennholz und Tau. Brennholz, bisschen Tau. Und dann brauche ich auch gleich wieder Holz, beziehungsweise muss ich wieder so ein neues Drying Rack errichten. Das dauert zu lange und trocknen. Okay, so. Seaweed Grower. Rohalgen. Ja, aber die kann man auch hoffentlich essen, oder? Oh, guck mal hier, wie schnell das ging. Zack, 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 zack. Jetzt werden die hier 600 Sekunden... Boah, das dauert ja richtig lange. Aber ich nehme an, man kann die dann essen, oder was? Grow Seaweed Spores to Maturity. Ja, ich hoffe, man kann die essen. Vor dem Verzehr trocknen. Okay, das heißt, ich brauche noch wieder Drying Racks gleich. Sonst dauert das auch zu lange. Oh, das ist ja geil. Man hat hier ständig Herausforderungen. Ich brauche ein großes Drying Rack. Das sind Holz und Fisch. Das ist einfach ein großes. Okay, ich brauche mehr getrocknetes Holz. Ich habe... Nasses Holz habe ich. Aber, ähm... Es fehlt am getrockneten. Und ich habe jetzt hier auch elf Wasser. Das ist okay. Da kann ich erst mal so ein bisschen... Von Leben. Das heißt, da muss ich jetzt nicht mehr so eine Panik schieben. Das dauert ja offensichtlich ewig. Bis das fertig ist. Aber die sind ja schon jetzt... Da reingepackt, oder? Der hat die schon... Der hat die schon befestigt. Gut. Ich brauche als nächstes ein neues Drying Rack. Dafür brauche ich vier getrocknete Holz. Die sind jetzt fertig. Die werden wahrscheinlich direkt wieder hier reingepackt. Ähm... Wenn wir das... Ich nehme jetzt mal... Das raus. Denn ich brauche das Holz eben auch für andere Sachen. Ja, hol mal. Hol mal das Ding da ab. Dafür brauche ich... Da brauche ich Plastik. Ich kann keinen Steg mehr verlängern. Plastik kriege ich hier aber nicht. Da muss ich mein Schiff wieder woanders hin bewegen. Da ist nix mehr drin. Oder was? Sehe ich das richtig? Der ist leer. Der ist... Kann ich auch nix mehr drücken. Der ist leergefegt. Und der hier... Hat noch ein bisschen was. Seaweed, Spores und Ruhralgen. Okay. Dann könnte man das Holz noch... mitnehmen. Und dann müsste ich mich wieder woanders hin bewegen. Und dann müsste ich aber demnächst auch mal ne Raffinerie bauen. Ne Öl-Raffinerie. Sonst kann ja mein... Schiff irgendwann nicht mehr... fahren. Wie bauen wir denn mal ne Öl-Raffinerie? Da. Plastik. Und Holz. Okay. Also das Holz nehme ich noch mit. Ähm... Zack. So. Die Mitte und ein bisschen größer. Ne. Eine reicht. Aber ich will das... Radio ist ein bisschen vergrößern. Das nehmen wir noch mit, bevor ich mich verpiesel. So viel zu tun. Ich wollte ja auch die Boote noch bauen, ne. Wollte ich eine Anlegestelle. Aber ja, aber erstmal muss ich gleich wieder irgendwo hinfahren, wo ich Plastik kriege. So, Essen und Trinken sieht immer ganz gut aus. Deswegen habe ich jetzt diese paar Algen offensichtlich auch verwertet. Mh... Da. 15 Rohralgen. Die essen momentan nur diese Algen. Und das sind die Spores. Damit kann ich neue machen. Okay. Schaut gut aus. Noch sechs. Seaweeds Bores. Dann ist der auch Wasser gefecht. So, 13 Wasser reicht für den Moment. Dann, ähm... Nehmen wir das getrocknete Holz gleich mal zum Bauen von diesem Drying Rack. Wenn ich hier überhaupt noch Platz habe für einen Drying Rack. Müsste ich wieder... ...den Steg verlängern. Ich könnte die auch auf die Seite bauen. Aber ich will ja eigentlich, dass die Dinger... Hier soll ja Platz sein für weitere. Irgendwann muss ich hier wahrscheinlich noch mehr bauen. Ich muss ja ein bisschen vorausplanen. Und hier wollte ich eigentlich meine... ...Anlegestelle machen. Aber ich kann auch hier theoretisch einen Drying Rack noch... ...hier will ich dir eigentlich die Dinger stellen machen. Das kann ich nach hinten bauen. Da ist ja die Stiftschraube. Ich kann mich wahrscheinlich gar nicht bauen. Nämlich damit. Guck mal, die wachsen da richtig. Seht ihr das? Oh, ist das echt liebevoll gemacht. Das macht mir Spaß, das Spiel, Leute. Das macht mir wirklich Spaß. Das war eine gute Idee. So, wie sieht es hier aus? Noch einen. Okay, das ist der letzte. Dann können alle auf Holz gehen. Dann kann ich... ...hier nochmal erhöhen. Dann gehen zwei Leute auf Holz. Und du nimmst noch die letzte Spore hier mit. Oder... ...zupft es leer. So, und die ist jetzt nämlich depleted. Die ist leer. Dann können wir hier schnell noch hier dieses Holz machen. Du machst hier Wasser. Das ist in Ordnung. Ja, wir wollten warten, dass ich... ...will das Holz... ...für so einen großen haben hier. Kannst du mal das Trockengestell abernten hier? Wärst du mal so nett. Kannst du das machen? Nee, du willst es erstmal hier bauen. Verstehe ich. Wir haben aber 13. Dann mache ich das mal weg. Dann kannst du gerne das Wasser noch machen. Und dann bitte einmal hier das Trockengestell. Ja, du machst das. Sehr gut. Dankeschön. Und bitte auch Neues rauf machen, wenn es geht. Bist du so nett? Machst auch Neues rauf. Bitte. Ja, danke. Tipptopp. Bist ein guter Typ. So, die zwei holen sich hier das Holz. 31 nass ist. Das ist doch okay. Dann bauen wir noch eins. Und dann kann ich ein großes Drying Rack bauen. Sehr schön. So, das ist Simon hier am... ...drehtes Bett brauchen wir auch noch, ne? Alles zu seiner Zeit. Das ist gleich fertig. Super. Zack. Das heißt, der hat gerade gar nichts zu tun. Außer, naja, wenn das... Ne, das dauert ewig. Dann mache ich mal bei der Boje auf drei Leute. Dann kann Simon da auch hin. Siehst du, der läuft da los. Mal ein bisschen schneller. Dann könnt ihr das Holz da abernten. Oh, hier geil. Seht ihr das? Bam, 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 bam. Und wenn das Drying Rack fertig ist, dann reduziere ich das hier mal. Oder beziehungsweise macht er vielleicht sogar die Priorisierung alleine. Dass er... Was macht? Kann ich die Bojen? Wo sind die Bojen? Kann man die hier auch fischen? Mit Bojen Gegenstände. Na ja, guck mal. Okay, das heißt, ich könnte... Kochen, bauen. Das macht er automatisch, oder? Ah ja, okay. Das macht er automatisch. Sehr gut. Jetzt kann ich ein großes Rack bauen. Das muss ich jetzt aber sonst hier daneben bauen. Oder ich könnte es auch hier bauen. Das muss ja nicht theoretisch... Das muss ja eigentlich auch nicht alles... Ah, komm, ich baue das jetzt hier. Okay, sehr gut. Was macht ihr das jetzt? Ja, die bauen das mit Priorisierung. Ach, das ist schon ganz gut gelöst. Sehr geil. Jetzt auch mal auch was aufhängen hier, Leute. Das ganze nasse Holz da einmal rauf, bitte. Leute. Einmal schön, das nasse Holz. Bam, bam. Bam, bam. Einen noch. Ah, sehr gut. Sehr schön. Jetzt können wir das ganze nasse Holz da mal wegtrocknen. Das auch sehr viel schon weggeräumt. Ihr seid ja mega fleißig. Geil! So, jetzt brauche ich noch eine Anlegestelle. Brauche ich zwei Plastik. Plastik kriege ich hier nicht. Das heißt, wenn ich hier gleich ein bisschen das Holz noch weggeerntet habe, dann bewegen wir uns mal weiter. Ah, das ist mega. Es macht Bock. Das werde ich auf jeden Fall nach heute noch mal spielen. Definitiv. Liebe Regie, kann ich eigentlich länger machen, oder ist es heute eng getaktet? Okay. Jetzt auch so ein bisschen Holz ist da noch. Ich kann nicht die ganze Zeit hin und her fahren, weil ich ja so wenig Benzin habe. Deswegen, ähm, suche mir jetzt schon mal eine Stelle mit, da ist Plastik und Fisch. Da ist Plastik. So könnte ich es machen, obwohl Holzbräuch nicht so dringend. So würde gehen und so. Ah, ein bisschen nah ans Plastik. So. Oder so. Da kriege ich richtig viel Plastik. Ne, das wäre die nächste Station. Muss ja ein bisschen vorausplanen. Ähm, hier ist auch Plastik. Nächste Station wäre so. So, hier, so mache ich das. So, da fahre ich jetzt nächstes hin. Erstmal gucken. Ist das Holz einigermaßen? Wie sieht es im Lagerraum? Lagerraum ist voll. Okay. Okay, das heißt, die können gar kein Holz mehr sammeln. Oh, ich trottel. Dann können wir jetzt hier mit dem getrockneten Holz... schon mal ein bisschen was machen. Und dann fahre ich jetzt weiter. Das bisschen Holz. Oder kriege ich noch einen Lagerraum? Ne, da brauche ich auch Plastik für. Okay. Gut, jetzt werden die jetzt, dass sie jetzt weiter verarbeiten, sodass auch wieder ein bisschen Laderaum frei wird. Aber wir fahren jetzt schon mal weiter. Okay, pass auf. Schiffi, Schiffi. Wir fahren mal... Machen wir das mal so. Uftau. Tütütütüt. Tutut. Super. Denn die nächste... Ähm, nein. Die nächste... Ah, geil. Aufgabe ist ja, irgendwann auch nochmal Öl zu bauen, weil ich habe hier kein Fuel mehr. So, könnt ihr mal schön das Plastik wegmachen. Und was haben wir hier auf dieser Insel? Ah, wieder hier so Seaweed. Okay. So, ihr habt hoffentlich alle zu tun, ne? Ja, da wird hingepaddelt mit dem Plastik. Mh... Eddy baut hier schön... Äh, der baut hier schön weiter im Werkzeug schuppen. Und hier wird Plastik geholt. Da kann eigentlich auch nochmal... Manchmal zwei Leute. Wie sieht's hier aus? Oh, guck mal hier. Die werden langsam fertig. Das ist gut. Drying Racks sind voll. Prima. Essen und trinken sieht noch alles gut aus. Muss ich irgendwann nochmal ein drittes Bett bauen. Dafür brauche ich immer wieder... ...mehr Racks. So, mit dem Steg. Dafür brauche ich Plastik. Ja, das wird mir hier gerade geholt. So, dann müssen wir mal gucken. Also, Öl müssen wir bauen. Eine Ölraffinerie. Refine Oil from Plastic Waste. Das muss ich auch mal machen jetzt. Was kostet mir hier so ein Steg? Das sind voll schwer. Stege. Und, ja, eigentlich muss ich noch einen neuen Lagerraum bauen. Aber bei den Lagerräumen ist es ja fast egal, wo ich die baue. Weil die brauche ich ja theoretisch überall. Also, wenn die hier das Essen ernten, dann müssen die es auch ins Lager packen. Dann kann ich auch hier noch ein Lager bauen. Die müssen nicht alle hier sein, die Lager. Ehe viel besser, wenn die Lager ein bisschen dezentraler sind, ne? Dann sind die Wege vielleicht nicht immer so weit. Das ist echt ganz schön voll hier. Aber ich will mal ein großes Lager bauen. Dafür brauche ich wieder trockenes Holz. Das ist... Da kommt gleich eine neue Fuhre. Sehr schnell. Aber gleich... Was? Neun Stück, ne? Neun neue Trockenhölzer. Hat der gerade das Wasser da draufgeschmissen? Nee, Plastik, ich wollte gerade sagen. Der pennt wieder da. Er war auf dem Boden. Geh doch einfach in ein anderes Bett rein. Die sind aber auch so... Besitzer greifend. Die können nicht mehr teilen. Aber du kannst doch ruhig in einem anderen Bett pennen. Du kannst doch ruhig in einem anderen Bett pennen. Also jetzt bräuch ich noch ein großes Lager. Und hier. Oh mein Gott, das ist das Lager. Das will erstmal keiner bauen. Weil die alle beschäftigt sind. Das ist aber auch okay. Der hat kein Feuerholz. Der hat auch niemanden, der daran arbeitet, weil die natürlich jetzt pennt da. Der Simon pennt da wieder. So ist er einfach, der Simon, ne? Auch auf der Gamescom oder so. Der legt sich einfach irgendwo hin, wo gerade Platz ist. Und dann liegt er da und pennt. Und am Tisch irgendwo, wo andere Leute arbeiten. Das ist, Simon, relativ unkompliziert. Aber trotzdem wäre es sinnvoll gewesen, wenn du dich da aufs Bett gelegt hättest. Steh doch mal wieder auf jetzt. Ist er wieder wach. Da wird das Lager gebaut. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Kapazitäten. Seaveed ist auch fertig. Geil. Das heißt, da müsste es dann gleich dementsprechend wieder mehr Essen geben. Ja, zack. Und da sind wir schon bei 19. Und es wird direkt nachgepumpt. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Kurz wieder lassen. Langsamer machen. Das Ding ist fertig. Wie sieht es aus mit der Ölraffinerie? Noch ein Plastik. Na, das holen sie jetzt. Das ist gut. Und dann kann ich die bauen. Die Frage ist nur, wo ich sie baue. Eigentlich will ich alle meine Produktionsbetriebe hier jetzt an diesen Steg anbauen. Also alles, was irgendwie... Na gut, ich meine, Nahrungsmittel ist streng genommen auch Produktionsgut. Aber du musst irgendwie schon alles Hand und Fuß haben. Fällt dir nicht auch? Beziehungsweise wenn ich, je länger ich werde, ne, desto kürzer sind ja auch eigentlich auch die Wege zu diesen Ressourcen. Wenn der Steg jetzt hier so voll lang wäre, dann würde die doch auch viel schneller wieder zu Hause sein. Okay, jetzt kann ich die Ölraffinerie bauen. Wenn ich sie natürlich jetzt hier hinsetzen. Aber das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das muss ich mal ehrlich sagen. Eigentlich brauche ich ja wahrscheinlich dann auch wieder getrocknetes Holz für, ne? Na, ich mache es. Ich mache das jetzt. Ich habe ja genug Quellen jetzt. Ich mache das hier noch ein bisschen. So 16. Ne, 8. So. Okay. Das könnt ihr fertig bauen. Ich kriege ja genug Plastik jetzt. Das kann ich ruhig, so lange kann ich jetzt noch warten mit der Raffinerie. Das ist schon okay. Hier habe ich niemanden, der daran arbeitet. Oh, guck mal hier. Ähm. 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 So, da wird der Steg gebaut. Und dann habe ich auch... Oh, zwei getrocknetes Holz fehlen mir jetzt. Aber die sind ja hoffentlich gleich fertig. Ja. Oh, wieso sind die nicht komplett hier bestückt? Wieso hat da irgendjemand so... War da jemand so faul? Okay. Die sind fertig. Das heißt, jetzt kann ich die Raffinerie bauen. Dein Platz verschwenden so dicht. So. Okay. Das ist gut. Mal gucken, was ich dann da jetzt brauche gleich, um Öl auch wirklich herzustellen. Wahrscheinlich Plastik dann auch, oder? Welche Ressource braucht man dafür? Und ich kann auch immer mal was erforschen. Aber ich habe jetzt immer noch nicht so hundertprozentig für mich beschlossen, was das Beste ist. Ich habe jetzt sogar 15 Forschungspunkte. Ich könnte eine Fischerhütte bauen. Wasseraufbereiter sind hier auch nicht schlecht. Ein Salzer. Das heißt, damit könnte ich dann ohne diese Raffinerie Wasser herstellen. Das ist auch geil. Plastik Recycler. Auch geil. Kriege ich wahrscheinlich mehr Plastik. Schrottschmiede. Large Storage Yard. Alles geil. Mal erstmal gucken, was ich jetzt hier für benötige. Refines Oil from Plastic Waste. Ja, war klar. Da muss ich auch wieder jemanden reinschicken. Da brauche ich Plastikmüll. Ah ja, guck mal hier. Zack, wird reingebracht. Sehr schön. Die Insel. Das machen wir später. Denn wir haben Nahrung jetzt erstmal genug. Okay, vielleicht bräuchte ich da mal so... Plastik Recycler klingt ja schon mal nicht schlecht. Das ist alles geil. Ich will alles haben. Lebensmittel habe ich durch die Searweed genug. Schrottschmiede. Das klingt auch nach etwas. Ich muss erstmal die Schrottschmiede. Schmiede aus dem Metall nützlichere Ressourcen wie Rohr und Schrauben. Das werde ich ja wahrscheinlich brauchen demnächst. Eine Werkstatt in der Drifter Plastik zu nützlichere Ressourcen wie Plastiknetzen und Fischer. Ne, und flachen Flaschenziegeln. Brauche ich wahrscheinlich auch alles. Ah, okay. Wenn ich ein Haus baue, können sich da zwei Drifter ausruhen. Okay, das ist auch gut. Dann brauche ich weniger Dingsbums. Ah, das ist auch gut. Erzeugt langsam eine kleine Trinkwasser. Entzieht im Meerwasser das Salz, um Trinkwasser in großen Mengen herzustellen. Brauche auch wieder Holz. Speichert eine kleine Menge an Wasser. Hier können deine Drifter Wasser lagern. Aber ich habe ja schon Wasserbehälter. Grillt Fisch einfach, aber lecker. Dein Lieblingsimbiss mit dem besten Essen. Serviert Fisch, Muscheln und Sushi. Oh, auch nicht schlecht. Was man noch alles kriegt. Fängt mit Netz und Köder tief unter der Stadt Fische. Oh, das ist auch geil. Dann kann ich da, ähm... Dingsbums, aber ich brauche wahrscheinlich... Diese Sachen brauche ich wahrscheinlich. Das ist alles nur... Das nimmt mir dann ein bisschen weniger Platz weg. Aber es gibt so einige Sachen, die muss man haben, um fortzukommen. Ich denke mal, das gehört jetzt dazu. Oh, guck mal. Habe ich nicht schon Öl hergestellt jetzt? Sieht so aus, oder? Sehr gut. Wir machen nochmal ein bisschen. Ähm, Wasser. Ja. Sieht so aus. Ja, Warteschlange. Trocknetes Holz habe ich. Da muss ich mal ein bisschen Brennholz herstellen. Sehr gut. Mal ein bisschen Brennholz. Immer gut. So, ähm... Da noch 61 Plastik. Oh, das ist doch komplett voll, ja. 36 und 45. Und dann will ich so langsam als nächstes die Boote bauen. Da, geil. Jetzt kann ich eine Anlegestelle bauen. Ach, geil. Die sollte ich ja so weit außen wie möglich legen, die Anlegestelle, oder? Kann ich auch theoretisch einfach dazwischen setzen. Welchen Platz braucht die denn? Oh, das entsetze ich die nochmal. Wie viel Schlafkuchen brauche ich denn eigentlich? Dann mache ich den Steg hier noch ein bisschen länger, und dann kommt die da dann irgendwann ran. Natürlich jetzt je nachdem, wie ich stehe. Wenn ich jetzt hier stehe, und ich sammle da hinten, dann ist der Weg voll lang. Aber bei der nächsten Ressource, die ich anlande, ist dann ja wahrscheinlich das dann wieder auf der anderen Seite, so, dass ich da sehr schlecht vorausplanen kann. Naja, machen wir das mal hier jetzt. Ah, es wird doch so breit gemacht. Okay. Mal gucken. Und dann muss ich auch demnächst schon ein bisschen mehr Lagerplatz bauen. So, der hat Öl gemacht. Das ist gut. Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen Öl. Das kann man dann ja auch nach Bedarf herstellen. Hauptsache, ich habe die Möglichkeit, das zu bauen. So, Feuerholz. Habe ich auch jetzt ein bisschen schon fertig wieder. Das ging ja mega schnell. Und dann muss man auch ein bisschen heißen. So, das sieht gut aus. Böhm, böhm. 18 Lebensmittel. Das ist auch gut. Der wird hier richtig geackert. Oh, wie schön, wenn es vorangeht. So, warte mal. Ein Hafer, an dem kleine Boote gebaut werden, anlegen können. Bergungsboot. Fischerboot. Ne, 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 ne. Natürlich jetzt mal ein Bergungsboot. Für euch Schrott, siehste. Der ist mal ein Schrott gleich weg. Anders muss ich denn hier ransetzen. Ah, okay. Ah, geil. Dann habe ich gleich ein Bergungsboot. Dann geht das noch schneller. Oh, ist das nice, Leute. Dann brauche ich noch ein neues Bett. Beziehungsweise, ich kann noch auch, äh, ach, ich kann die Hütte noch gar nicht bauen. Was möchte ich? 12 Neues. Was? Okay, da brauche ich 10 Altmetall für. Spare ich mir jetzt noch mal auf, bis ich merke, dass ich irgendwas dringend brauche. Mh. Das Holz. Guck mal, da. Hier. Geil. Warte mal, wenn ich jetzt ... Da. Ah, geil. Geil, geil. Geil, 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 geil. Geil. Ha! Hätte jetzt Lust mit dem Boot? Der fährt los mit dem Boot jetzt. Beziehungsweise, ich kann ja den ... Ich mach mal die ... Ohne weg. Ähm, okay. Entfernen. Lass nur die da. Da muss ja jetzt wahrscheinlich einer von denen mal hier gleich in das Bötchen steigen. Oh, ich hab ein Boot. Kapitän. Kann sich ein Kapitän bestimmen? Kann der das automatisch? Da muss ich dann für jedes Boot eine neue Anlegestelle aufbauen. Ja, okay. Will denn jemand mit dem Boot fahren? Hier? 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 Hallo? Simon, auch nicht? War alle so viel zu tun? War alle so viel zu tun? Will keiner mit dem Boot fahren? Ja, du machst hier ... Das ist okay. Du kümmerst dich schon um das nächste Essen. Bin ich auch in Ordnung? Muss ich da irgendwann zuweisen? Ja, die haben alle gerade jetzt erst mal genug zu tun hier auf dem Schiff oder auf der Stadt. Ist ja eine Stadt. Auf Bödefeld. Um den laufenden Betrieb hier zu managen. Ist auch in Ordnung. Rennholz wird benötigt. Hier wird Wasser gemacht. Da geht's los! Kapitän ... Ist das Eddy, ich glaub, ne? Guck mal hier, da paddelt er los. Ja! Oh, mega. Hinein in ... Oh, der kann hier richtig geil looten. Oh, das ist ja mega. Alter, wie viel da reinpasst? Wie schnell man damit Sachen abernten kann. Ah, das ist ja mega. Okay, ich brauch ganz dringend gleich noch einen zweiten Steg. Das ist ja voll geil. Ich bin begeistert. Und guck dir das mal an! Fump, fump. Und rein damit. Oh, das ist ja sensationell. Damit kann ich ja die Felder voll schnell abänten. Okay, geil. Dafür würd ich noch einen zweiten Steg direkt bauen. Oh, mega. Ähm ... Noch ein Parkplatz. Zweiten Parkplatz. Ah, da muss ich erst mal den, ähm, Steg hier noch mal verlängern. Und dann baue ich da so schön so einen zweiten noch hin. Tippitoppi. Und vielleicht baue ich jetzt auch mal so ein Bett noch. Dann hat jeder jetzt ein Bett. Da muss niemand mehr irgendwo hier auf den Plankenpen. Plankenpenner. Jo! Wo paddelst du hin? Ich baue gleich ein zweites Boot. Keine Sorge, Leute. Und dann muss ich hier irgendwann noch mal ein Fischerboot bauen. Aber ich hab genug Nahrung gerade. So schön, sehr schön. Ah ja, und das können wir hier auch noch mal jetzt gleich bergen. Kann ich auch dann noch ein Schiff hinschicken. Erstmal machen wir das hier leer, oder? Mein Bergungsboot. So, wie lange dauert das hier noch? Ist das hier fertig jetzt? Dann baue ich mal ein bisschen. Und jetzt bauen sie hier mal diesen Steg weiter. Das wäre ganz nett. Was ist noch? Fisch. Wo ist das? Fischstegs. Das mache ich dann natürlich, wenn ich Schiffe habe. Unscherweise. Ah ja, hier wird gebaut. Sehr schön. Bau, 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 bau. Bau, 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 bau. Geil. So, noch ein Parkplatz. So. Hihihi. Und da kommt dann noch ein zweites Bergungsschiff. Große Freude. Große Freude. Und dann könnte ich irgendwann vielleicht nochmal einen Lagerplatz hier auch nochmal bauen. Dann können die das direkt da immer, wenn sie dann wiederkommen, was da reinschmeißen. Sehr, sehr geil. Okay. Brennholz. Jetzt haben wir ja 13 Wasser. Ist erst mal okay. Die arbeiten ja auch. Die haben, wurden ja schon bestückt. Wie sehe ich jetzt eigentlich? Wie viele Seile habe ich? Sechs Seile. Ja, okay. Und da ja, dann baut doch mal die Anlegestelle. Das geht und dann können wir das zweite Boot auch bauen und die Insel dann mal ein bisschen abernten. Gut. Dann bauen wir nochmal eine zweite. Nee, warte, erst mal sie hier anklicken. Bevorzugtes Boot, Bergungsboot. Ja, Fischer, ich habe halt noch keine Fische. Das machen wir später. Wat? Bergungsboot? Muss ich jetzt nicht nur ein Boot bauen? Bergungsboot, ja. Okay, ich brauche vier Schrott. Habe ich natürlich nicht. Mist. Ähm, Fischerboot. Siehst du, jetzt ist mir hier in der Situation, dass ich hier Schrott brauche. Da hatte ich hier nicht so eine neue Hütte da irgendwie. Da. Schrottschmiede. Schmiede aus deinem Metall. Nützlichere Ressourcen. Ja, okay, gut. Hm. Das heißt, Schrott kriege ich dann aber wahrscheinlich an anderer Stelle auch. Das ist, ich kann jetzt leider noch gar kein Dings bauen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Dann können wir jetzt auch mal anfangen, die Insel zu bergen. Ja, müssen wir ja so machen. Ich bin nicht mehr als ein. So, wir haben Wasser, wir haben Dings, wir haben Öl, wir haben alles. Jetzt können wir uns daran machen, hier zu bergen und dann kann ich nämlich wieder weiterfahren. Dann muss ich irgendwo hin, wo ich Schrott finde. Wo finde ich Schrott? Was hab ich denn hier noch in Reichweite? War denn hier nicht noch Insel in Reichweite? Die hatte ich nämlich geernt. Genau. Das Holz, da komm ich theoretisch auch ran. Die wird grad geerntet. Auf der Karte nicht noch eine... Die Insel ist auch noch in Reichweite, oder nicht? Oh, da kann ich jemanden retten. Retten! Aber sowas von sofort! Mit Priorisierung bitte retten. Aber holler die Waldfee. Beschreibung, was? Das heißt, ich hab einen neuen Bewohner dann. Dann hab ich schon vier! Dann können wir hier alles einlagern. Und jetzt? Wer hat jetzt jemand... Wer hat jetzt wirklich los und rettet den? Oh ja! Oh ja! Guck! Wie fährt jetzt zu der Insel? Wer ist der Retter, das Mann? Wer ist das? Eddy, ne? Ja. Oh, das ist ja mega geil. Guck mal hier, man sieht im Wasser das Wracks. Auch cool gemacht. So unter Wasser sieht man immer noch irgendwas. Ein altes Schiffswrack. Mega. Paddel, paddel. Und denn hier auf der Insel, da wird jemand gerettet. Koral Valvis ist ihr Name. Sie wird natürlich gleich umgetauft. Das ist das erste Ritual. Wenn jemand zu mir an Bord kommt, wird er umgetauft. Da kommt seinen eigenen Namen. Damit er auch in die Gesellschaft aufgenommen wird. Das ist so ein Aufnahmeritual. Ein Ritus. Geil. Paddel, paddel, paddel. Paddel, paddel, paddel. So. Oh, geil. Hä? Ach so? Ist die Maus hier abgekackt? Nicht runterfallen jetzt durch diese ... Oh, das ist ja geil. Jetzt nicht ohne sie abdackeln. Jetzt rein und nach Hause. Yeah, ich habe jemanden gerettet. Oh, wie mega. Jetzt habe ich vier Bewohner. Oh, das ist ja richtig geil. Oh, ist das mega geil. Ist da auch noch jemand? Nee, war ich da schon? Da kam ich her, ne? Hat ich die schon gelootet? Ich glaube, ja. War sensationell. Sensationell. Und dann kann ich gleich noch ... Guck mal, was ist das? Das sind Fischis. Da bräuchte ich dann Fischerbrote für. Das sind auch Fischis. Aber wenn ich die dann geerntet habe gleich, und da ist ja auch, dann fahre ich nach hier. Da. Aber da ist richtig viel in dem Radius drin. Da ist die nächste Station. Und da gibt es dann hoffentlich irgendwo wieder mal Schrott. Aufgegebene Motorboote. Komm, das stinkt doch nach Schrott. Da wird es doch Schrott geben. So, das gucken wir uns noch mal an hier. Hier, unsere neue Mitbewohnerin. Das ist auch fair verteilt. Jetzt zwei Männer, zwei Frauen. Da muss ich noch ein Bett hinbauen. Hinbauen. Ach so, der fährt direkt wieder los. Keine Zeit, sie vorzustellen. Da. Hi, Coral! Du heißt ab jetzt aber anders. Du heißt natürlich ... Ähm ... Mh ... Nennen wir mal ... Wen haben wir denn? Ähm ... Ja, nee, Heidi Klum ist nicht mehr so cool. Ähm ... Mh ... Pamela Anderson, komm. Du weißt jetzt einfach mal Pamela Anderson. Wird die mit einem S geschrieben eigentlich? Ja, ne? So, Pamela Anderson ist jetzt hier an Bord. So, meine Zeit ist leider zu Ende. Ähm, ich glaube, jetzt kommt nämlich Florentin mit Magic live aus dem Homeoffice, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen muss ich jetzt leider zum Ende kommen. Ähm, aber ich spiel das sowas von weiter. Das macht mir voll Bock. Das war eine Runde mit Floatsim. Und ich werde ... Ah ja, gute Kamel Elektra hätt ich auch noch mal machen können. Ich werd das auf jeden Fall weiterspielen. Ich hoffe, das Ding hat, ähm, hier Cloud-Safe, sodass ich das irgendwie im Homeoffice spielen kann. Und, ähm ... Ja, lass dann weiterzocken. Jetzt viel Spaß mit Florentin. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.